Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wonkai Impact. Wir sind hier in den Combo-Zonen. Combo-Mum. Let's go. Wir machen das mal ein bisschen schwieriger. Empfohlen Level des Gebiets 2. Kann man das hier noch irgendwie Level erhöhen. Okay, kann man, kann man noch ändern. Abschließend zum Punkteverdienen. 10.000, okay, okay. Also müssen wir eben ein paar Mal machen. Let's go. Kombo-Dinner. Ja. Donner ist gut. Donner auf Level 2 ist gut. Die ist immer gut. So, So, Combo erweitern. Verursacht 20 Mal Damage Shio. Combo-Stapel. Das ist vielleicht ganz cool. I-G-G-G-M-H-I-N-P. Ah, mein Gott. Ich bin jetzt gerade Dich. Okay, jetzt bin ich aufn. Ich bin jetzt gerade Dich. Ich bin jetzt gerade Dich. Für die Dich. Die Dich für die Dich sind. Alle Dich sind total Dich. Ich bin jetzt bei Dich. Das ist vielleicht so ein Karke. Das war's für heute. habe ich schon nicht geschafft okay wir machen das gerade noch mal aber auf normaler wertung ok es zieht nach sieht mit der wertung auf jeden fall schon ordentlich um das zieht schon ordentlich an ja 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. ok der der schaden ging auf jeden fall schon mal ordentlich also kombo muss 267 kampfdauer 150 wertung 9000 aber auf einfacher wertung das war die nächste folge danke fürs zuschauen fürs mitmachen bis zum nächsten mal und ciao